Und Sie fragen vielleicht, ja, aber warum soll ich an die Bibel glauben? Warum ist die Bibel Gottes Wort? Nun, was würden wir als Christen sagen, die wir eben tatsächlich an Gottes Wort glauben, auf Gottes Wort vertrauen, nicht mit der Weisheit dieser Welt, der herkommt, die tot vor Gott ist? Wir würden sagen, nun, weil die Bibel sagt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und hier ist das Ding, die Welt würde sagen, ja, das ist ja ein Zirkelschluss. Also ein Zirkelschluss ist ein Argument, das sich im Kreis dreht. Das ist ja ein Zirkelschluss. Was soll ich damit anfangen? Lass uns kurz erklären, was ein Zirkelschluss ist, laut Wikipedia. Wikipedia bringt das typische Argument für einen Zirkelschluss an. Und zwar heißt es, die Bibel ist Gottes Wort, denn es steht geschrieben, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dieses Argument zitiert den zweiten Brief an Timotheus aus dem Neuen Testament. Da das Neue Testament ein Teil der christlichen Bibel ist, wird also die Autorität der Bibel durch ein Bibelzitat begründet. Was soll ich dazu sagen? Amen. Richtig, korrekt. Aber das ist eben das, was Wikipedia anführt als typisches Beispiel für einen Zirkelschluss, für ein Argument, das sich im Kreis dreht. Dann heißt es weiter, die Bibel zieht damit ihre Autorität als Gottes Wort aus sich selbst. Und was für ein super Zitat von Wikipedia. Zu 100% korrekt. Ich kann zu 100% zustimmen als Christ. Amen. Das, was wir glauben. Die Bibel zieht ihre Autorität als Gottes Wort aus sich selbst. Amen. Und was Apologetik jetzt versucht ist, weil nämlich die meisten Apologeten ganz einfach nicht gerettet sind, ganz einfach selbst keine Christen sind, ganz einfach selbst nicht wirklich auf Gottes Wort vertrauen. Was Apologetik jetzt versucht ist, diesen Zirkelschluss, diesen Zirkelschluss in den Augen der Welt zu vermeiden. Deswegen wollen sie eben mit weltlich-wissenschaftlicher Argumentation daherkommen. Sie wollen diesen Zirkelschluss vermeiden. Sie wollen die Bibel durch etwas Außerbiblisches beweisen. Aber lass mich dir erklären, was das große, große Problem dabei ist, wenn du versuchst, die Bibel als Gottes Wort zu beweisen durch ein Außerbiblisches Argument. Beispielsweise, wenn ein Atheist herkommt und sagt, ja, ich würde ja an die Bibel glauben, wenn das und das, wenn du dieses oder jenes Argument hättest. Und diese dümmlichen Apologeten fallen dann darauf ein, auf diesen Atheisten, und suchen dann nach irgendeinem Außerbiblischen Argument. Hier ist das Problem. Sie sagen damit, dass es eine höhere Autorität gibt als die Bibel. Mit anderen Worten, ja, dieses Argument, ja, diesem Argument kann ich vertrauen. Ja, das macht Sinn. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Jetzt kann ich auch an die Bibel glauben. Was machst du damit, wenn du nach diesem Außerbiblischen Beweis für die Bibel suchst, dass die Bibel Gottes Wort ist? Du sagst damit im Grunde genommen, dass es eine höhere Autorität gibt als die Bibel. Aber hier ist das Problem. Die Bibel ist die höchste Autorität. Wenn du sagst, die Bibel ist Gottes Wort aufgrund dieses wissenschaftlichen Beweises, das kann ich irgendwie mathematisch und naturwissenschaftlich beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist, damit stellst du Wissenschaft über die Bibel als höhere Autorität. Ja, daran können wir glauben. Jetzt kann ich auch an die Bibel glauben. Jetzt weiß ich, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber was ist dann die höchste Autorität? Die höchste Autorität im Universum ist die Bibel, ist Gottes Wort. Und daher kannst du nicht die Bibel mit etwas Außerbiblischem beweisen. Es funktioniert nicht. Die höchste Autorität beweist sich selbst. Die höchste Autorität ist die höchste Autorität. Wie kannst du da was Höheres finden? Aber warum ist die Bibel die höchste Autorität? Nun, in Johannes Kapitel 1, Vers 1, ja, also ich komme jetzt mit einem biblischen Argument daher, Zirkelschluss, dann ist es halt ein Zirkelschluss. Na und? In Johannes Kapitel 1, Vers 1 sagt die Bibel, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also die Bibel sagt uns schwarz auf weiß, dass das Wort Gottes Gott selbst ist. Und es ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Denn am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und wir reden hier natürlich von Jesus Christus selbst. Das Wort war bei Gott, zwei separate Personen und das Wort war Gott. Weil Jesus Christus natürlich genauso wie der Vater und wie der Heilige Geist Gott ist. Ein Gott, drei Personen. Die Bibel sagt in Johannes, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7, Denn es sind drei, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Ein Gott, drei Personen und die zweite Person der Dreieinigkeit, Jesus Christus, ist das Wort. Und das Wort ist nicht einfach nur irgendwie ein alternativer Name. Es ist nicht irgendwie ein Titel. Nein, nein, nein. Sondern es geht um das Wort. Das Wort Gottes. Es geht um die Bibel. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, sagt die Bibel. Jesus Christus ist buchstäblich das Wort Gottes. Und somit gibt es keine höhere Autorität im Universum als das Wort Gottes. Es ist Gott. Und somit ist interessant. Vielen Dank.